Ja, haben wir schon herausgefunden. Ah, die Gruppe sieht grad gar nicht gut aus. Ich bin nicht ganz überzeugt, dass sie das so schaffen. Wie viel Leute sonst habe ich noch zum Heulen? Sex, was das Leben ist. Ah, ne, jetzt weiß ich nicht ganz aus. Ich sollte das passen, wenn ich so mache. Ja, muss so passen. Strati... Wieder etwas einsetzen. Ich hoffe, dass ich China nicht mitnehmen muss in den Kampf. Ah, selbst wenn, kann ich dann nochmal heulen. Das ist als nächstes auch nichts gemacht. ausrüstung sollte eigentlich passen mehr oder weniger hier kann ich die mitregenhandschuhe geben wenn ich die nicht ausbrust brauche die pinguin handschuhe er kriegt den rauf hier habe ich eh nichts wirklich besseres ne, jetzt halt sie nicht aus ok, auf, zum nächsten Umzeig ist you who possess the right of the pact I am Celsius one who is bound to Mythos, the hero I seek a pact with Celsius I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me you seek a pact with me you see, how amusing let's see if you can handle me ja, ich muss China dabei haben ok na gut na gut halten wir sie oh, sie ist wohl leicht gehüllt mal schauen ah, sie hat wieder Unterstützung ganz schnell mal schauen ganz schnell wir werden uns von Raiden wieder auf unterstützen gehen mal schauen mal schauen genau die 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 Beast! Geegle time! Devastation! You're gonna be kidding me! No! Help is on the way! Geegle time! Geegle time! Rest up! Geegle time! A cuteness! Devastation! Take this! Freeze, Lancer! Follow again! Oh damn! Okay, die ist nämlich stark mal wieder. Be careful! Follow again! Devastation! Don't get in my way! No! No! Kann man nicht lassen, dass die Leute nicht sterben? Be careful! Help is on the way! Harage! Higher sealed! Harage! Higher sealed! Heid! Errekt! Was du auch machen? Heid! 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 Ich kann schon mal sagen, sie soll... Position halt, dann kannst du nicht. Oh! Heid! Halt! Heid! 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 Natürlich soll sie trotzdem... Ich muss die Barriere nicht so weit verwenden. Ok, das ist natürlich schlecht. Er hat wieder Obstand. Be careful! Swallowdams! Swallowdams! Pyrusel! Ich habe wirklich nichts anderes mehr aus Zipidier herstellt. Schaut mal nicht. Neku! Be careful! Blight! Proton! Beats! Beats! Infliction! Beats! Help is on the lane! Nersed! Eagle Top Spin Kick! Beats! No! Hier! Infliction! Äh, ich brauch heute keinen Wehmbuch bisher. Das ist natürlich traurig, was das Leben muss. Okay, 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 das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, das ist jetzt neu sein. Okay, jetzt haben wir schon erledigt. Okay, jetzt geht's! No way! Take this! Ice Tornado! Ready! Beast! Fine, hein! Long enough! Here, help is on the way! Take this! Ice Tornado! Fire seal! Are you all ready? Strike! Fire seal! Untertitelung im Auftrag des WDR Okay, das tun wir jetzt so einfach als umletzen. For the sake of creating a place in which the two worlds no longer must sacrifice one another, I ask that thou grant me thy power. Understood. Use my power well. Now all we have to do is make a pact with Ifrit, and we'll be able to sever the mana flow. Alright, we're counting on you for the next one too, Sheena. You got it. Okay, uh... I have no idea what I have to do. I don't have any idea what I have to do. I have no idea what I have to do. Or? I think there is a lot I think I have. Wir haben eine Überlegung. Ja, das war glaube ich 4 Segel. Ich weiß nicht ganz, was wir haben. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Was ist das denn jetzt los? In der Richtung liegt der Setz. Stimmt. Kann das nur sein? Bis diesem Glitz fließt. Er ist irgendwie immer an Mana. Ich habe ein ungutes Gefühl. Gehen wir. Nein. Das ist... Horrible. Was ist hier passiert? Schau. Lloyd, schau. 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 Was ist falsch? Was ist falsch? Wir müssen hier raus. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Lass die Lichter fallen aus dem Meer und die Engel verraten die Stadt. Engel? Sie hatten die Wände. Die mit Wände sind Engel, oder? Schau. Das ist die Krusche. Die Krusche. Die Krusche. Die Krusche. Die Krusche. Das ist die Krusche. Es ist die Krusche. So, die Krusche. Sie sind gut? Ich bin gut. Aber... Diese Irritation nicht. Ist das... Anger? Ich empfieh. Du hast so großartig. Du bist der einzige Krusche? Was ist dein Name? Mein Name ist Mythos. Ich lebte selbst auf der Schmerzen der Krusche. Du hast den gleichen Namen als Mythos, der Hero. Karte. Du bist ein Halbierer? Um, ich, ich, nein. Relax, du kannst dir, nicht wahr? Wir haben das gleiche Blut fließt durch unsere Beine wie du. Du bist half-Elf, auch? Aber du bist mit Menschen. Es ist okay, wir sind alle Freunde. Menschen und half-Elf sind Freunde? Du bist lieb. Nein, das ist wahr. Meine Frau und ich sind ein Teil dieser Gruppe. Relax. Ja, ja, aber... Your reaction ist understandable. Ich habe gehört, dass die Village of Ozett besonders bekannt ist für ihre Konten für half-Elf. Wenn du eine isolierte Leben in dieser Village lebst, musst du dich verletzt. Was ist hier passiert? Krusea. Du bist Altesa, richtig? Was machst du hier? Ich habe die Lichtung des Juden fallen in dieser Village. Aber was in der Welt? Es war die Arbeit der Krusea-Angels. Krusea. Krusea. Du hast dich verletzt. Krusea. 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 Wir müssen hier bleiben und die Angels kommen zurück. Lloyd ist richtig. Lass uns alle zusammengehen! Nein, nein, ich wollte da nicht rein so. Ja, bis solche hier kommen, die zerstört. Das habe ich gar nicht... Ne, ich komme nur noch da hin. Okay, naja. Dann schauen wir doch mal, was sollte Samantnitz sein. Das war eine Schuld. Obwohl... Ich wüsste nicht, dass wir schon... Warten wir von Kate zu fahren, dass der da... Experimente gemacht hat für Cruises, glaube ich. Nein, ganz täuscht. Ich war damals als Handwerk für Cruises tätig. Du stehst also auf der Seite der Engel. Auf der Seite von Extrasyl. Du kennst Leute, Extrasyl. Ich glaube, ich ihn kenne. Es ist eine Schuld, das ist Tephala und Asylorand. Kann mir mit einer konkurrieren. Das ist ein Cruises Crystal. Ich verstehe. Du musst die ausgebildete Antigene im Welt sein. Das ist wirklich Schicksal. Was denn was jetzt geschehen ist, das war meine Schuld. Was... Was meinst du damit? Ich begann die Arbeit, die ich verrichtete, zu hassen. Da ich damit indirekt Menschen tötete. Ich verließ Cruises. Er versteckte mich in Oset. Aber ich wurde von einem des seinen namens Rudel aufgespürt. Er versprach, mein Leben zu verschonen. Weil ich ihm ein Cruises Crystal anfertige. Das heißt, das Experiment an Brasea wurde von Rudel und den Patriarchen realisiert. Und dann auf... Der Geheiß von dir und Kate ausgeführt. Richtig. Rudel plant zu einem holzigen Cruises. Während er in diesen... Diensten... Der Design stand. Und da ich Rudel den... Unterstützte... Er unterstützt wurde... Wurde Lord X Russell zornig. Und er... Er zerstört sich statt... Die mich als Flüchtlinge aufgenommen hatte. Soweit er also... Frisea, die Schatten meiner Vergangenheit, sich bemerkt. Soweit er also... In diese Geschichte verwickelt. Ich finde dafür keine Worte. Es tut mir leid. Ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen. Aber mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Mehr Zeit kam nicht wieder. Die Leute aus der Stadt... Und die Papier werden nicht zurückkehren. Was hier? Es tut mir leid. Entschuldige dich nicht. Auch wenn du dich entschuldigst. Du kannst dir im Augenblick... Ich kann dir im Augenblick nicht verzeihen. Ja. Also ja. Ich weiß, dass du... Schwere Verluste erlitten hast. Aber bitte vergiss... Dich selbst nicht. Ich... Ich... Kann... Pressierst... Gefühle ein bisschen verstehen. Manche Dinge... Kommen nie wieder. Doch... Wer sich entschuldigt. Und auch wenn... Verzeihen möchte... Diese Gefühle... Kommt man nicht in den Griff. Wenn er einen nicht verziehen wird... Ist das wie eine Strafe. Das finde ich nicht. Verzeihen oder nicht verzeihen... Ist keine Strafe. Ich kann es nicht gut erklären, aber... Nun... Egal. Lass uns... Keine vieles... Schnellen Diskussionen führen. Was hier musst du dich... Nicht zwingen... Ihm zu vergeben. Lass uns lieber darüber nachdenken... Was wir jetzt tun können. Ja. Du hast recht. Ich persönlich fände... Wir sollten alle Tester fragen... Was da alles über Cruises weiß. Wir haben im Augenblick nicht genügend Informationen. Stimmt sie zu? Naja. Was eher... Würdest... Du lieber hierbleiben und warten? Nein. Ich werde auch zuhören.